Einen wunderschönen, einen wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne, liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Dark Souls 3 mit Paxos. Ich dachte kurz, ich wache auf in einem Bett voll Gegnern, aber das sind einfach nur Leichen, das ist also ein Bett voll Leichen. Tja, wir sind immer noch auf der Suche nach dem nächsten Leuchtfeuer, um hier mal irgendwie, ja, nicht mehr die Angst zu haben zu sterben. Außerdem haben wir schon wieder so viele Seelen, ich will nicht schon wieder meine ganzen Seelen und dementsprechend Level verlieren, aber jetzt, hier kommt halt jetzt wieder ein schwieriger Gegner. Wo ist er? Da? Okay, wir müssen erstmal hier wegrennen, weil wir hier auch noch andere Gegner haben und das ich niemals schaffen werde und sterbe. Schauen wir mal, wer jetzt angerannt kommt. Vielleicht gar niemand. Ich bin es eigentlich gewohnt, dass die Gegner einen ein Stück weit verfolgen und wir sind ja nicht wirklich weit weg gegangen. Aber, ja, dann nehmen wir zuerst den. Das müssen wir so haben, am liebsten, wenn wir den jetzt zuerst platt machen können. Komm her. Ist irgendwie interessant, dass die nichts haben, mit dem sie schießen. Also bisher hat noch keiner was von denen geschossen. Irgendwas Verfluchtes oder so. Und jetzt... Ach nee, da drüben war noch einer, der, der, ähm, ja genau, der die Blitze geschossen hat. Auch nicht geil. Die Blitze können wir auch nicht 100%... Oh Gott. Können wir auch nicht 100% blocken. Fuck. Hier müssen wir aufpassen, weil hier noch dicke rumlaufen. So, jetzt, jetzt bleib da, bleib da. Genau, wenn du das Feuer nicht mehr hast, bekämpfe ich dich gerne. Ja, das geht doch gut los. Nein! Ach so, das ist gar nicht das Feuer. Ach, ich dachte, er hat schon wieder das Feuer. Das war's für ihn. Sehr gut. Titanitbrocken war so klar. Aber Clue, das ist auch nicht schlecht. Gut. Also so schwer sind die Gegner dann gar nicht mehr, wenn sie alleine... Also wenn man alleine gegen die kämpft, sind sie dann gar nicht mehr so schwer, wie man sieht. Nachdem ich raus habe, jemand gegen die kämpft zumindestens. So, was haben wir hier? Ringritterspeer. Aha, das ist der Speer. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich hab gar nicht geguckt, wie der aussah, verdammt. Wo ist er denn? Goldener Ritualspeer, der kann's also nicht sein. Ringritterspeer, das hier. Und er macht ein bisschen Feuerschalen, aber echt nur ganz wenig. Nicht zwölf Feuerschaden, was ist denn da los? Der schwarze Speer der Ringritter. Die Waffen der ersten Menschen wurden im Abgrund geschmiedet und verrieten das Leben. Aus diesem Grund belegten die Götter die Speere und ihre Besitzer mit einem Feuersiegel. Das klingt ja eher positiv. Fertigkeit Clue, schleudert diesen alten Speer und seht, wie er glüht und erneut in flüchtiger Flamme erstrahlt, deren schwacher Schein jedoch fortwähren wird. Gucken, wie der aussieht. Na ja. Also die Waffe sieht deutlich cooler aus, wenn dieser Ritter die trägt. Bei uns sieht sie eher total langweilig aus. Äh, das hier. Jetzt ist auch wieder relativ dunkel zu sein. Als wir in die Stadt rein sind, bei diesen komischen Geister... Bogenschützen... Da war es doch total hell, oder? Also da ist doch die Sonne hier reingefallen und hier hat man ein ganz klein wenig Sonnenschein und was auch immer das sein soll, aber Großteil ziemlich dunkel. Und jetzt sind wir hier auf der Brücke. Hat er gerade gekämpft? Was? Die krabbeln da aus dem Schlamm raus? Kann es sein, dass die immer wieder nachkommen und man gar nicht alle umbringen kann? Das könnte sein, oder? Das wäre natürlich total unangenehm. Und da haben wir irgendeinen neuen Gegnertyp, den wir noch nicht gesehen haben, irgendwelche merkwürdigen Insekten. Ha, das ist natürlich richtig cool. Hm. Na gut, egal. Ich bin ja mal gespannt, ob wir irgendwann noch gegen ihn kämpfen müssen. Das können wir wahrscheinlich nicht nochmal ansprechen. Was hat er denn so im Fest mal? Moment mal. Hier ist wohl gar nichts. Was? Das ist wohl nur dafür da, dass man mal den Verrückten nochmal auf den Kopf springen kann, oder wie? Okay, also hier ist jetzt gar nichts mehr, oder was? Waren wir schon auf der Ebene da oben? Ich glaube, da waren wir noch nicht. Ja, es wundert mich ein bisschen, dass es hier jetzt überhaupt gar nicht weitergeht. Weil wir könnten jetzt abkürzen und da runterspringen, aber wir müssen natürlich taktisch vorgehen, wenn wir jetzt diese Dickwänste nochmal bekämpfen müssen. Drei Stück waren es jetzt wieder. Und ich weiß halt nicht, ob die immer wieder kommen, wenn man die besiegt hat. Keine Ahnung. Das könnte aber sein. Das wäre ziemlich krass auf jeden Fall. Weil das halt schon harte Gegner sind. Wenn man gut kämpft, alleine gegen die ist, dann ist es kein Problem. Weil sie doch relativ schwerfällig sind, aber sobald man gegen mehr als einen kämpft, sobald man sich nicht konzentriert und einen Fehler macht, kann es teuer werden. Weil die haben halt echt viel Energie. Ich glaube, sonst hatte ich jetzt hier alles. Da drüben ging es nicht wei- Da drüben ging es nicht weiter. Hier oben. Hier oben ging es nicht weiter, oder? Da war nichts mehr. Wie komme ich denn da rüber jetzt zum Beispiel? Ha. Hier rüber springen ist definitiv viel zu weit weg. Hm. Moment mal, da läuft die auch immer wieder ein bisschen hoch. Also meiner Meinung nach ist das schon... Oder habe ich die einfach nicht umgebracht gehabt, weil ich durchgerannt bin? Das kann natürlich auch sein. Ja, den Flammtyp hatte ich besiegt. Ja, hier ging es nicht weiter, hier ging es nicht weiter. Wir müssen wohl doch da unten lang. Ja, wenn wir jetzt da unten lang gehen, dann müssen wir ja mehr oder weniger erst mal diese Typen da umbringen. Also bleibt mir gar nichts anderes übrig. Das wäre jetzt total bescheuert, die Versuchung zu umgehen. Also werde ich jetzt wohl erst mal warten, dass der eine wieder herkommt, damit ich da in den Kopf reinspringen kann. Wie weit ist denn der runtergelaufen? Und einfach hoffen, dass es halt nicht so ist, dass die einfach wieder auftauchen. Der da drüben steht ja auch da. Habe ich den auch einfach nicht umgebracht gehabt? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Es kann natürlich sein, dass ich einfach die nicht platt gemacht habe, weil... Ja, ich glaube, ich bin durchgerannt. Es kann sein. Ich glaube, ich bin wirklich durchgerannt. Ich glaube, den brauchen wir auch nicht platt machen. Der kann ja da an seiner Ecke stehen bleiben. Aber den da müssen wir platt machen. Weil wir... Die anderen, die war da unten, sind auch platt machen müssen. Und da können wir natürlich nicht gebrauchen, dass der dann angelaufen kommt. Oh nein, oh nein. Hauptsache, wir haben Hauptenergie verloren. Wie sinnvoll. Hat sich richtig gelohnt. Ich frage mich aber, bei denen auch diesen Unso-Kühlus-Effekt hinbekommen, wenn man die oft genug trifft. Sieht der drüben nicht denn da raus? Ach, stimmt. Der war ja noch was. Komm mal weiter hoch. Das haben wir natürlich schon getriggert. Jetzt zaubert er die ganze Zeit. Verdammt. Die sind so langsam. Nerviger Angriff Nummer eins. So. Titanitbrocken. Vielen Dank. Hm, jetzt können wir natürlich gucken. Es sind zwei. Und die stehen jetzt rum. Also irgendwie haben die auch nicht immer das gleiche Schema. Ob sie laufen oder stehen. Weil der eine, der da oben in der Ecke steht, der ist ja auch manchmal rumgelaufen. Ah, okay. Ja, ich weiß, dass da noch einer ist. Ja. Das ist natürlich nicht so cool. Ich meine, ich trigger jetzt halt beide, wenn ich da hingehe. Oder auf einen drauf springen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Energie ich da verliere, wenn ich auf einen drauf springe. Aber es kann ja eigentlich nicht so schlecht sein, auf einen drauf zu springen. Dann hat er zumindest weniger Energie. Und dann kann ich ja immer noch wegrennen. Aber ich glaube, ich mache das lieber mit voller Energie. Weil ich nicht weiß, wie viel Fallschaden wir dann nehmen. Oder ob wir überhaupt Fallschaden nehmen, wenn wir dann in diese... Ich stecke gerade mein Schwert in den nicht vorhandenen Kopf oder in den Hals von jemandem rein. Kann natürlich sein, dass es dann gar keinen Schaden nimmt. Also, dass wir gar keinen Schaden nehmen. Kann auch sein, dass die so stehen, dass ich nicht drauf springen kann. Aber ich denke schon. Oder wir sterben einfach. Oh mein Gott. Okay. Wie geil. Und das mit unserer ganzen Energie, die wir doch... Äh, mit den ganzen Seelen, die wir drin hatten. Sehr unangenehm. Ja, wahrscheinlich war es zu hoch. Wenn es... Entweder war es zu hoch oder wir standen... Oder er stand zu weit weg von dem Ort, wo wir runtergefallen sind. Ich weiß es nicht, aber... Es gab irgendwie einen Grund, dass er halt sein Schwert nicht reinstecken wollte in den Gegner. Verdammt. Hier, total hell und freundlich und cool. Und dann ist es irgendwie total dunkel und nicht mehr so cool. Also, immer noch cool, aber irgendwie nicht mehr so freundlich. Na gut, wir rennen durch. Ich glaube, ich renne auch einfach zu den Seelen und sammle die ein. Und dann... Ach, ich weiß gar nicht, was ich da noch mache. Fuck. Hallo. Ja, jetzt muss ich mir doch überlegen, wie ich das am besten jetzt mache. Wenn ich dort bin, überlege ich es mir. Oder sterbe einfach nochmal und... Wenn die ganzen Seelen sind weg. Das ist echt ein Kackgebiet. Ach, so sinnlose Tode. Zweimal bin ich super sinnlos gestorben. Also, jetzt ist es egal. Scheiß drauf. Es sind halt die Seelen weg. Was soll es? Das eine Mal dieser Tod, wo ich verflucht wurde. Und dann dieser Tod, wo ich da runter springen wollte, war es wieder... Weiß ich nicht mehr. Ich dachte, es ist die bessere Möglichkeit. Und dann Fallschaden. Einer hackt auf mich ein, tot. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Mich nervt das Gebiet jetzt einfach zu sehr. Ich gehe jetzt in das andere Gebiet, was wir noch nicht uns angeschaut haben. Wir kehren logischerweise irgendwann zurück. Aber dann halt mit neuem, frischen Geist und dann in Ruhe und richtig. Aber jetzt müssen wir erst mal... Ich weiß gar nicht mehr. Wo war denn das? Ach ja, hatte mir auch nicht... Ich glaube, irgendjemand hatte mir noch per Nachricht, per Kommentar geschrieben, dass... Per Kommentar geschrieben, dass ich irgendwas irgendwo übersehen habe. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Jetzt will ich eigentlich bloß... Jetzt will ich eigentlich bloß dahin, wo uns mal dieser... Ich glaube, das war hier, oder? Wo uns mal dieser Finstergeist-Platt gemacht hatte. Dieses komische, giftige Sumpfgebiet. Da möchte ich jetzt weitermachen. Ein neues Gebiet, ein anderes Gebiet. Ich meine, ich könnte auch dieses Gebiet weitermachen, was wir gerade gemacht haben. Es war nicht unmöglich oder sowas. Es war nicht so, dass es nicht machbar war. Aber es war halt, ja, gerade nervig. Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir jetzt lang mussten. Ich glaube, hier lang, ne? Ja, und ich glaube jetzt hier hoch. Und dann kommen wir zu dem Fahrstuhl. Dann kommen wir in das andere Gebiet. Ja, dann nehmen wir erstmal das Gebiet. Was soll's? Und hier hat uns, wie gesagt, der eine Finstergeist-Platt gemacht. Das ärgert mich natürlich schon, dass dieses Gebiet, wo wir ja doch ein Stück weit schon gekommen sind. Wo wir ja doch schon in... Boah, wie viel Schaden wir machen, krass. Wo wir ja doch schon ein Stück weit gekommen sind. Ärgert mich aber schon, dass wir da jetzt einfach so Schluss machen. Aber wir gehen ja irgendwann wieder hin. Was soll's. Aber hier gab's auch diese... Diesen Hinweis, dass hier irgendwie ein Aschefürst auf einen warten würde. Schauen wir mal. Ob dem so ist. Hatten wir eigentlich beim letzten... Gegner die Seele uns angeschaut? Was war denn der letzte Gegner? Schwester Friede, Seele des Dämonenprinzen. Die Dämonen gemeinsam im Chaos und Sprung teilen fast alle sogar. Den Stolz ihres Prinzen, bla bla bla. Ja doch. Hatten wir schon. Was für eine Folge schon wieder. Was für eine Folge. Aber egal. Auf ins neue Gebiet. Hier hatten wir auch noch kein Leuchtfall uns angeschaut. Also halt angeschaut. Garten des verzerrten Königs. Wahrscheinlich ist dieser verzerrte König dann auch der Aschefürst. Keine Ahnung. Aber hier hatten wir noch kein Leuchtfall erreicht. Achso. Wir sind gar nicht bis ganz nach unten gefahren. Fällt mir gerade ein. Was aber auch nicht so schlimm ist. Und hier waren auch diese komischen... Nervigen... Ja genau. Diese schwarzen Typen da. Sag mal. Ist es jetzt hier auch dunkler? Kommt mir das so vor? Ist das Spiel dunkler geworden? Oder? Ne, ne. Ist Quatsch. Ist es nicht. Das kommt mir nur so vor. So. Ich weiß auch noch, dass wir das eine Mal da oben drauf... Oh Gott. Ich vergiftet ja hier alles. Also dass wir da oben drauf standen und wir da oben versucht haben, die anderen kaputt zu schießen. Das weiß ich auch noch. Oh Gott. Die Gegner sind mittlerweile so einfach, ey. Das ist unfassbar. Und krass. Nach zwei Schlägen wirkt schon mein Unterkühlungseffekt. Das ist natürlich cool. Na? Wie simpel der Gegner jetzt ist. Was für ein Problem ich mal hatte gegen so einen Gegnertyp. Unfassbar. So, aber die mit ihrer Kack-Reichweite, die nerven halt trotzdem immer noch massiv. Und ich glaube, die kann man auch nicht gut blocken. Ich werde jetzt trotzdem wieder versuchen, die kaputt zu schießen. Mittlerweile müssten wir ja auch deutlich mehr Schaden machen mit unserer Armbrust zum Beispiel. Plus neun. Sehr geil. 2 oder 14. Echt gut? Okay, 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 okay. Ja, wie habe ich das beim letzten Mal gemacht? Da ist es doch nicht so gewesen. Verdammt. Na gut, mit Rollen kommt es muss ja irgendwie möglich sein, ihn auch bei einem normalen Kampf zu besiegen, oder? Wobei, jetzt hört er wieder ab, verdammt. Ah, ich kann es blocken, aber es ist... Ich sehe halt einfach nichts. Man kann ja anscheinend nicht aufspießen, schade. Boah, ey, was für ein... Das ist ein richtig nerviger Gegner. Große Titanitscherbe. Also, das Gebiet ist auf jeden Fall ein älteres Gebiet. Man sieht auch, dass man hier... Also, ist logisch, ne? Dass man hier auch schlechtere Sachen findet, als in dem Gebiet, wo wir gerade waren. Also, das hier sollte eigentlich insgesamt leichter sein. Schauen wir mal. Überall diese komischen Schnecken und... Da liegt auch noch was drin, aber ich glaube, das sollten wir erst versuchen zu holen, wenn wir hier ein bisschen aufgeräumt haben. Aber ich will auch nicht vergiftet werden. Verdammt, wie mache ich das am besten? Ich glaube, die Schnecken, die kann man auch sexy abschießen, weil die halt viel zu langsam sind. Ich glaube, zwei von diesen sind ja noch am rumlaufen. Wir können ja auch erstmal in Ruhe die Schnecken abschießen. Ich meine, wenn die zwei, weiß ich nicht, mutierten Zombies, so nenne ich sie mal, da hinten abhängen, dann kommen die ja nicht her. Dann kümmern wir uns erstmal um die Schnecken. Oh, die können wir sogar anvisieren. Sehr geil. Guckt euch das an. Zwei Schüsse und Toe. Wie geil ist das denn? Kein stundenlanges drauf einschießen mehr. Das ist echt verdammt viel Schaden. 300 ein... Da liegt auch mehreres rum, sehe ich gerade. Nicht nur ein was. Na? Na, nicht drüber schießen. Ich sehe gerade, die Folge ist vorbei, aber ich kann eigentlich... Oder ich will eigentlich nicht nochmal noch... Ich möchte eigentlich nicht direkt noch eine Folge aufnehmen, aber ich möchte doch wissen, was da liegt. Deswegen werde ich jetzt hinrennen und das noch schnell einsammeln. Auch wenn da noch Schnecken sind, ich glaube, das geht. Oh, das sind drei. Klaue. Okay, wir werden vergiftet. Schattenmaske, irgendwas? Schwarze Fahrtbombe. Äh, Feuerbombe. Fahrtbombe. Liegt es hier noch irgendwas? Jetzt sind wir ja eh vergiftet, jetzt können wir auch mal rumlaufen. Menschliches Harz, okay, das ist egal. Oh nein, oh nein, ich wusste nicht, dass ich den auch getriggert habe. Also, müssen wir den wohl auch noch bekämpfen, oder wie? Und dann rafft er sich wieder. Gut, wir haben irgendwelche Klamotten gefunden und eine Klaue. Daran erinnere ich mich. Klamotten und eine Klaue und den Rest hatten wir eh schon mal. Kommt der hier hoch? Nee, ich glaube, er geht wieder zurück aus seinem alten Platz. Okay, Klaue hatten wir bestimmt schon mal. Ja, genau, Klaue hatten wir schon mal. Eine Bevorzug von Spionen in den östlichen Landen eingesetzte Waffe, die schlecht verheilte Schnittwunden zufügt. Wird diese Waffe zweihändig geführt, liegt in jeder Hand eine Klaue. Ja, die hatten wir schon. Dann hatten wir aber jetzt Klamotten gefunden. Irgendein Set von jemand, der gestorben ist. Silberritterhelm haben wir an, Schattenmaske. Das, oder? Schattenmaske. Oder? Ich glaube, Schattenmaske war es. Ich bin mir nicht sicher. Schwarze Stoffmaske von Spionen. Ja, das macht ja Sinn, deswegen auch die Klaue. Von Spionen aus einem Land im Osten. Ihre erhöhte Mobilität geht zu Lasten der Verteidigung. Der verstorbene König Osiros war so sehr von Drachen besessen, dass er später als der verzerrte König bekannt wurde. Unzählige Assassinen. Nein, ich bin an Gift gestorben. Oh, voll Idiot. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Wir haben ja jetzt hier quasi noch nichts gemacht. Es liegen 8000 Seelen in unserer... Oh Gott. Es liegen 8000 Seelen in unseren Überresten. Was für eine krasse Fail-Folge. Ich habe komplett vergessen, dass wir immer noch vergiftet sind. Und es hält natürlich ewig. Oh mein Gott, oh mein Gott. Was für eine Folge. Ja, also ich sollte auf gar keinen Fall noch eine Folge aufnehmen, wie man merkt. Peinlich, peinlich, peinlich. Ei, ei, ei. Ich konnte nicht mal in Ruhe mir alles durchlesen. Aber jetzt habe ich die auch noch aufgesetzt. Unzählige Assassinen wurden entsandt, um seine Herrschaft zu beenden. Doch keiner von ihnen kehrte je zurück. Hm. Müssen wir wohl machen. Schattenoberteil, ist das? Ja, ne? Schwarze Stoffkleidung, der verstorbene König. Doch keiner kehrte zurück. Bla, bla, bla. Ich glaube zwar nicht, dass irgendwas davon für uns interessant ist. Weder wird was Interessantes drinstehen, noch wird, also wird nichts Neues drinstehen, noch wird das in irgendeiner Form für uns als Rüstung interessant sein. Unsere Gatter-Team, bla, bla, bla. Aber wir müssen es natürlich sicherheitshalber trotzdem angucken. Schattengamaschen. Der verstorbene König. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Schöne Fail-Folge, hat sich eigentlich fast überhaupt gar nicht gelohnt, aber ich denke, euch wird sie trotzdem gefallen, in diesem Sinne. Beim nächsten Mal geht es dann ganz in Ruhe und mit Bedacht und, ne, ihr wisst Bescheid, geht es dann hier an der Stelle weiter und da werden wir uns diesem Gebiet hier annehmen und schauen, ob wir nach dem Gebiet ja schon zurückkehren müssen zu dem, aus dem wir gerade abgehauen sind oder ob es dann da weitergeht, werden wir dann feststellen. Also da in eurer Praxis, Daumen nach oben, aktiviert die Glocke, bleibt cool. Tschö, tschö.